Okay, wir gehen rüber zu dem lieben Sostrator. Ich hoffe, das Video ist aber nicht ab 18. YouTube-Kacke, die Fahrradkopf 2, bitte nicht ab 18. Oh, Maschallah, let's go, das Video ist nicht ab 18. Let's go, Sostrator, wir gucken rein. Das Problem ist, in letzter Zeit ist irgendwie alle YouTube-Kacke, die wir uns angucken, immer ab 18. Meine persönliche Frage, haben du und Sabine schon über Kinder oder übers Heiraten gesprochen? Ich hab schon mal drüber über das Thema gesprochen. Sabine und ich haben beide aktuell kein Interesse an Kindern und wissen auch nicht, ob das in der Zukunft sich ändern wird. Deswegen, ich gehe nicht davon aus, dass ich in den nächsten 10 Jahren ein Kind auf die Welt bringen werde. Also auf jeden Fall nicht geplant. Kann natürlich immer irgendwas schief gehen. Aber wir hoffen natürlich nicht. Aber, und heiraten haben wir auch keinen Bock. Also eigentlich beides nein. Weil heiraten, das macht man halt, um Steuern zu sparen. Dafür bin ich halt schon aus Deutschland ausgewandert. Und Kinder macht man halt für Kinder Geld. Dafür hab ich doch euch. Guck mal, ich bezahle. Du hast doch schon einen Zehner rausgehastelt. Spaß beiseite. Ich küsse eure Augen. Nee, ich hab einfach gar keine Lust, Papa zu sein. Ich hab... Ich hab... Ich hab meinen Hund und das reicht mir. Das reicht mir. Nein, also wirklich. Kinder und heiraten, das muss... Für meinen Geschmack muss das nicht sein. Aber jeder, wie er möchte. Ich hab einen guten Kollegen, der hat geheiratet. Der hat zwei Kinder. Und der ist glücklich. Und das ist schön. Das ist super schön. Aber für mich wär's nix. It's mean. Haut's hier. Das Kindergeld, Papi. Danke, mein Sohn. Danke, mein Sohn. Deswegen... Jetzt wisst ihr auch, warum ich so viele Kinder in der Schweiz habe. Da, äh... Ja. Ein Satz für die Radcops. Die Allmann-Polizisten sind mit einem Anwohner verabredet, der angefahren wurde. Ah, ich glaub, da ist der Herr. Ja. Da ist er. Selbst. Schönen guten Tag. Sie haben mir geschrieben, dass Sie angefahren wurden. Du Vollidioff. Jetzt bei Igel TV. Die Fahrradcops sind zurück. Ich glaub, das müssen wir kurz... Ich glaub, die Musik müssen wir kurz, äh... Also, muten, weil das Intro ist, glaub ich... Das ist einfach... Das ist einfach Igel TV mit... Verbrecher werden in Köln auch auf dem Dienstrad zur Strecke gebracht. Für die Fahrradcops beginnt die Schicht. Ralf Kackheim ist schon seit fünf Tagen dabei. In seinem alten Leben verkaufte er den Kindern in der Sandkiste hin und Wodka. Außerdem wurde gegen ihn bereits ermittelt. Wegen illegalem Handel mit Rosinen. Markus Spastens frisst am liebsten seinen Ohrenschmalz. Außerdem bringt er pro Schicht locker 30 Menschen. Kuss. Falls um in den nächsten zehn Jahren ein Kind bekommt, weiß dieses halt, dass es ein Unfall war. Wenn es diesen Stream sieht, bitte sagt es meinem Kind nicht, falls es kommt, bitte sagt nicht. Möglich ist alles. Es gibt einige Leute, die sind halt ein bisschen impulsiver und da liegt es an uns, erst mal drauf reagieren. Sicherlich nicht mit Argumenten. Äh, drauf reagieren? Das ist meine Aufgabe. Markus Spastens. Also, bitte, halt dich zurück. Sondern erst mal mit Waffengewalt. Das ist eigentlich unser Ziel. Ist auch mein. Mit bis zu 18 Fahrradcops und einem serbischen Asylbewerber überwacht die Polizei den Stadtkerl. Warum? Warum der serbische Asylbewerber? Warum? Was macht er da? Die beiden Polizisten sind Drogenabhängige, die im Rausch manchmal die Orientierung verlieren. So, hallo, ich grüße Sie. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Masse-Selbstbewerb, was ich gerade hingekriegt habe, und zwar, das Wasser nicht durch meine Nase rauskommen zu lassen und den Mund geschlossen zu halten, war gerade 10 von 10. Ich hätte gerade alles vollgekotzt hier. Digger, dieser Satz hat mich gerade einfach nur so überrascht. Die beiden Polizisten sind Drogenabhängige, die im Rausch manchmal die Orientierung verlieren. So wie alle Polizisten. Joke, Leute, Kuss geht raus an die Polizei. So, hallo, ich grüße Sie. So Radfahrer wie Sie wollen wir nicht haben, dafür kämpfe ich. Ich auch. Okay? Ja, dann. Schönen Tag. Tschüss. Heute haben die Schmutzmänner einen klaren Auftrag. Die Polizisten möchten neue Drogen besorgen. Ach, guck mal hier. So, hallo, ich grüße Sie. Ich würde gerne Drogen nehmen. Ja, haben Sie irgendwas dabei? Jojo. Nein, nein. Schade. Finde ich nicht gut. Sind Sie irgendwas dabei zum Saufen? Hey. Haben Sie irgendwas dabei zum Saufen? Hey. Hey. Polizei, anhalt. Schönen guten Tag. Irgendwas dabei? Drogen dabei? Nein. Die wollen einfach nur selber Drogen nehmen. Hier war ich schon mal drin im Geschäft. Das ist direkt neben der Schildergasse der G-Star Rawladen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber ich war da mal drin. Das war Köln, Alter. In Köln war ich überall. Ich war der Pate von Köln, aber ich habe meinen Titel abgegeben. Ich bin jetzt der Pate von Madeira. Gar nichts. Sehen Sie Drogen? Kontakieren Sie Drogen? Nein, nein. Gar nichts. Sie machen was falsch. Kommissar Spastens kommt so richtig in Fahrt. Guck mal, ob ich den kriege. Da ist er doch, da ist er doch. Den hast du doch schon. Guck mal mal. So, hallo. Haben Sie Drogen dabei? Nein. Das ist blöd, ne? Wir ziehen so Leute wie Sie aus dem Verkehr. Samt Auto. Für die Beamten schier zum Verzweifeln. Mitten in Köln werden selbst Spielplätze zum Kiffen und Schiffen missbraucht. Was machen die denn hier? Das ist wirklich eine wahre Aussage. Das hat er zwar so da reingeschnitten, aber in Köln werden wirklich Spielplätze zum Kiffen und zum Schiffen missbraucht. Egal wo du in Köln hingehst, entweder riechst du nach Pisse oder nach Weed. Im Sommer immer. Geh nach Köln in irgendeine Ecke, entweder Pisse oder Weed. Entweder Pisse oder Weed. Immer, immer diese beiden Gerüche. Mh, das ist der Duft von Köln. Schönen guten Tag. Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. Machen Sie mal die Hand bitte mal auf. Was ist das? Walle? Hier riecht es da irgendwo. Guck mal genau, was die Jungs da machen. Also, wenn ich eins riechen kann, ist es das, ey. Das werden wir sicherstellen, ne? Klar. Dann einmal bitte mal aufstehen. Leute, ich rieche hier. Gerade rieche ich hier. Hallo, Leute, ich rieche hier. Irgendeiner hat was dabei oder hier liegt irgendwo was? Haben Sie mehr dabei? Haben wir noch Peps dabei? Sind noch Peps da? Gar keine mehr? Keine mehr? Haben wir den noch? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Der sagt auch nichts. Der ist ein bisschen ein Otto geworden. Aber ich habe Respekt vor dem. Aber ich hätte jetzt Bock auf Peps. Was ist denn das genau? Das ist ein Peps. Übelst geil, ja? Was ist denn Peps? Was ist das eigentlich? Das ist eine echte Kurve kriegen, ne? Weg von den Drogen. Ich sage so, wer ein Smiley zu viel macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Okay. True, true. Ja, nicht gut, ne? Das werden wir sicherstellen, ne? Klar. Gras für den Eigenbedarf und zum Verkaufen. Die Zweirad-Sheriffs haben endlich neue Drogen. Das war jetzt auch wieder total... Die Zweirad-Sheriffs. Uff. Cool, ne? Sein Kollege hat währenddessen eine gefährliche Ladung ausgenommen. Passt rein, Mensch. Kein Problem, kein Stress mehr. Herrlich, oder? Herrlich. Offener Drogenkonsum ist bei den Radpolizisten schon tagsüber völlig normal. Die Fahrrad-Cops sind inzwischen völlig zugedröhnt. Hier, ohne Licht. Hallo. Hört Licht an. Das ist geil gemacht. Im Kond sind die Asphalt-Sheriffs mit den Trekking-Bikes zur Stelle, um Frauen abzuschleppen. Schönen guten Tag, ne? Mein Name ist Kackfeim. Können Sie sich vorstellen, wie ich Sie anspreche gerade? Ich möchte Sie gleich mitnehmen. Was? Ich wusste, warum er Sie anspricht. Sie müssen Pipi machen. Sie müssen Pipi machen. Ja. Ehrlich, ehrlich. Ich möchte jetzt Ihren Namen wissen. Wie heißen Sie? Ich bin hier nicht bekannt. Nein, nein. Was machen wir jetzt denn? Alles stehen dann, Polizei. Letzte Aufforderung. Ralf Kackheim bekommt so richtig die Abfuhr. Doch der Beamte kann auch anders. Also was Sie machen, geht überhaupt gar nicht, ne? Gucken Sie mal, da vorne die Ampel ist knallgrün. Ja. Und dann fahren Sie einfach. Ich bin sprachlos. So was. Ich wollte hier hin. Das kann doch nicht so schwer sein zu begreifen, dass man bei einer grünen Ampel stehen bleiben muss. Doch hab ich ja auch gestanden. Es bringt einfach nichts mit Ihnen zu sprechen. Der Mann will weg. Aber er hat die Rechnung ohne Kommissarspaß was gemacht. Hallo. So, soll ich Ihnen mal was zeigen? Das kostet 300 Euro, Bußgeld. Gut, ja, aber es war... Und Sie kriegen jetzt einen Platzverweis für die Innenstadt. Sehen wir Sie nochmal, würde ich gerne Sie mit meinem Porsche überfahren. Das können wir, weil wir sind die Polizei und das machen wir nicht willkürlich, sondern nach Paragraph 3, Absatz 1. Hallo. Und der haut ab. Ich komme hinterher. Boah, guck mir das fest. Halt stehen bei Polizei. In der Eile hat sich Kommissar Kakeim das Rad von einem Mann aus Uganda gegriffen. Nicht mein Fahrrad, aber ein Kriegenrad. Nicht mein Fahrrad. Währenddessen rast sein Kollege über eine vielbefahrene Schnellstraße. Achtung. Stopp, stopp, stopp. Markus, Herr Grün fährt her. Stattdessen will Polizist schassens einem Anwohner nerven. So, was soll die Scheiße? Hä? Was ist los? So, da gehen dir die Argumente aus. Tschüss. Der Flüchtige ist auf und davon. Wo ist er hin? Die Polizisten haben den Mann aus den Augen verloren. Deshalb will Kommissar Spaßens stattdessen einen Passanten einfach so verletzen. Und schneidet einem Mann den Weg ab. So, stopp, Polizei. Stehen bleiben. Runter vom Rad. Hinsetzen. Hinsetzen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Als ob die so einen Geiselraum gestürmt haben. Was ist denn da los? Runter vom Rad. Setzen. Unglaublich. Sie kriegen von mir das volle Programmseilchen, ganz ehrlich. Der Mann verschwindet und wurde seitdem nicht mehr aufgegriffen. Das bestätigt immer wieder unsere Studie, die wir in Ordnung gegeben haben. Das heißt, erst wenn es mir nicht weh tut, dann werden wir Verhalten auch ändern. Von dem Mix aus Alkohol und Drogen wirken die Beamten noch immer ziemlich beneut. Wir sind heute gefahren, zwölf Meter. Oh. Doch so viel? Und wir sind nicht viel gefahren, ne? Ne. Zehn Minuten. Sass. Wir haben auch einen guten Job. Hallo. So, ich hätte gerne 25 Euro von Ihnen. Okay, warum? Paragraph 3, Absatz 1. Oh mein Gott, stark. Stark, ey. Schaut bei Sustrad vorbei. Der macht richtig nice, die YouTube-Kacke. Checkt den Kanal aus. Richtig, richtig stark. YouTube-Kacke, die Fahrradkopf 2 war das. Ich freue mich schon auf mehr, ey, Sustrad, wo die den Düsenjägern nicht hinkommen. Sehen die Fahrradkopf auf Tracking-Resorten, um Frauen abzustellen. Das war so stark. Waren sehr gute Sachen dabei. Waren sehr gute Sachen dabei. Oh mein Gott, okay. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.